Das ist der Berueler Fischmarkt. Das ist einer der größten Ziele lang. Da haben wir auch den Fischkopf geholt. Da muss man einmal essen, die gut durchblutet, weil da die Chemie oder weil der Kopf sich konstant bewegt. Dadurch ist der Muskel sehr zart. Deswegen machen wir Fischkopf, Curry, die Jungs zu Scampi und Kalamari. Das ist Jerome, der Sohn von meiner Schwester, der Kleine. Und das ist Chateau, Elias und Finn. Die machen in Hamburg noch eine Foodcrack-Geschichte. Ja, und die sind hier auf Bildungsurlaub, oder? Aber jetzt haben sie immer noch nicht verscheiden als Curry oder gebraten? Nee, gegrillt. Gegrillt, okay. Sie haben auch einfach Bock mehr auf geiles Streetfood. Ja, ich schülle die Karotten. Ja, manche sagen Scampis, manche sagen Gambas. In südlichen Ländern meistens Gambas genannt. Weil es ist Gambaretti, das ist die italienische Bezahlung für Krabben, glaube ich. Und hier sagen Scampis. Und das ist eigentlich letztendlich alles das Gleiche, ist nur eine andere Bezeichnung. Oh, und die Jungs haben das mariniert. Finn, das geht gleich in deinem Magen. Das ist so lecker, Alter. Nicht da rein, Digga. Oh, ist so lecker, Alter. Du bist Scampas. Scampas Baden. Das ist Scampis. Das ist Scampis mit Haut und Schale. Ja, das ist mein Papa. Dass man Limetten nicht mit in den Drink macht mit der Schale, weil sonst wären die bitter. Was hat Papa mir dabei gemacht? Das ist meine älteste Frau. Und die ist auch jetzt hier. Und ja, mit dir machen wir auch noch mal eine Session. Dann breite ich mich drauf. Gin, Maracuja-Saft, Limettensaft, frisch gepresst und Eiswürfel. Das Schwierige an den Kalamari ist, finde ich, das Saubermachen. Das ist eben wirklich mühsam und viel Arbeit. Aber wenn der sauber ist und alles, diese ganze Innereien und wenn der Schleim alles weg ist und die Haut aufgeschält ist, dann, wenn man das zubereitet, dann schmeckt das wunderbar. Das ist ein wunderbares Fischgericht. Und die Jungs haben das mariniert, die Marinade abgesiebt, im Öl gebraten und dann reduziert, bis diese Bratflüssigkeit raus ist und dann nochmal mit der Marinade abgemischt. Richtig schön Kalamaris, da freue ich mich schon drauf. Ja, der Holzer hat 70 Rupin gekostet, das sind ungefähr 34 Cent. Für den Friedreis brauchen wir Karotten, Lauch, hier haben wir Lauchzwiebeln und Chili, Zwiebeln. Das ist wunderbarer Samba-Reis. Da war zu wenig Salz drin und deswegen hat er nochmal Salz und Wasser aufgelöst und wieder geträufelt. Mit einem Holzlöffel schön umrühren, damit er unten und oben die gleiche Temperatur hat. Die Basis ist ein gut gekochter Reis für den Friedreis und dann wird das Gemüse angebraten, bei scharfer Hitze und dann kommt der Reis dazu und dann wird das schön vermengt und dann hat man schön Friedreis. Ja, Knoblauchbutter gibt es kein Rezept, das ist sehr viel Knoblauch, was sie da gemacht haben. Jetzt nehme ich ganz kurz ab, wenn wir sie machen, oder? Ja. Das ist meine Gipskirche bei mir. Halt die Ordnung und liebe sie, sie erspart dir Zeit für mich. Das habe ich von meinem Küchen-Schätzchen gehört. Wenn ich nicht meine Ordnung halte, darf gleich eine Opa hin. Das war noch Zeit. Ja, da lachst du, ne? Was? Was? Eine Zimtsstange rein, Curryblätter, ein bisschen Knoblauch, Chilis, Tomate, Zitronengras und ja, wird bestimmt lecker schmecken, aber wir sind ja westlich und verwöhnt, wir essen keinen Fischkopf, das hier für die Einheit. Ingwer kommt auch noch mit. Also Leute, freut euch, wenn wir den Jungen nach Hamburg bekommen, der wird eure Gaumen beglücken. Fleisch und Fisch wird immer vorher gewürzt. Fischkopf. Alle schreien TikTok oder das Hippie-Tiff. Hab auch noch die Scampis mit. Und den Fried Rice. Wir leben in Sri Lanka hier das Highlight. Ja, ich muss mir das Wasser nehmen zusammen. Ich schmorte Fischkopf-Curry. Ein bisschen Kächer. Kann man die wunderbar mehr finden. Ich freue mich auch auf jeden Fall. Jetzt nicht unbedingt auf das Fischkopf-Curry, aber sie lachen mich auch schon an. Das ist ja ein riesen Kopf hier gewesen. Das ist kein kleiner Fisch. So ein kleiner Kopf ist, weil der Fischkopf war so groß. Das ist ja gar nicht so allgemein. In den Kleingeschnitten, da ist schon eine Menge Fleisch drin. Wer Fisch liebt, der liebt auch Fischkopf. In Sri Lanka wird fast alles mit den Händen gegessen. Wer das nicht kennt, sollte das mal ausprobieren. Gerade bei Rice & Curry, wenn du das isst, dann fühlt man das Ganze. Gerade bei Scampi muss man mit Händen messen, weil du sonst die Schale nicht abriffst. Mit Messer und Gabel kann man das auch machen, aber das dauert wahrscheinlich zwei, drei Stunden. Wenn du so 15 Scampi da aufgebessen hast. Ich esse das, wenn das so kleine Scampi sind, wie die jetzt gemacht haben, esse ich das meistens mit Schale. Ich sage die Schale nicht, wie die Schale nicht abriffst. Ich denke, das ist der Schale nicht so. Wir werden es jetzt nicht so, weil ich meine Schale nicht nicht so, was ich tatsächlich nachher bin. Ich sage die Schale nicht so, als ich das nicht so, weil ich mich aus der Schale nicht so Surpriseen hier Vielen Dank.